Grüß Gott, mein Name ist Michael Baden-Kurz Grüß Gott, ich bin zusammen mit meiner Frau seit ungefähr 25 Jahren Mitarbeiter beim Institut für Weltevangelisierung. Wir möchten euch im Folgenden gerne an vier kurzen Impulsen teilhaben lassen, die wir zusammengestellt haben, weil das Jahr des Glaubens ausgerufen ist, eingeläutet ist. Das Jahr des Glaubens, das mit großer Freude erfüllt. Papst Benedikt hat dieses Jahr des Glaubens eingeläutet mit diesem Schreiben, das Porta Fidei heißt. Und in diesem Schreiben stellt er besonders den Katechismus hervor. Das möchten wir gerne zum Anlass nehmen, ein bisschen eben über diesen Katechismus nachzudenken. Also haben wir uns überlegt, was können wir sagen? Vielleicht den Überblick über den Katechismus. Aber den hast du auch, wenn du ihn aufschlägst. Mit Inhaltsverzeichnis. Vielleicht könnten wir den Inhalt erklären. Wenn du den Katechismus siehst, ist das Projekt viel zu groß. Schon mal sowieso für vier kurze Impulse. Also haben wir uns gedacht, wir suchen uns etwas Einfaches. Einen ganz kleinen, einen einfachen, aber weit verbreiteten Aspekt. Eine weit verbreitete Tatsache zum Katechismus. Er wird nicht gelesen. Er wird nicht gelesen. Warum? Warum schauen wir so wenig in diesen Katechismus? Abgesehen davon, wenn wir mal eine Predigt vorbereiten oder einen Vortrag, ein Seminar oder sowas ähnliches. Wir möchten diesen vier Impulsen vier Titel geben. Dieser erste heißt Die Symphonie. Der zweite heißt Die Tür. Der dritte, Der kleine Junge. Und der vierte, Indiana Jones. Wir möchten also in diesem ersten Impuls ein bisschen schauen auf das Wort Gottes. Vielleicht ist euch das noch nie aufgefallen, aber wir reden, wenn wir das Wort Gottes erwähnen, immer über den Singular. Das Wort Gottes. Nicht, wenn du in der Kirche bist und wenn du die Lesung vorgetragen hast, dann stehst du da und sagst, Wort des lebendigen Gottes. Keiner steht da und sagt, Worte des lebendigen Gottes, obwohl du eigentlich viele vorgelesen hast. Und dabei drauf geachtet hast, dass du dich nicht versprichst. Vor nicht allzu langer Zeit sind die Nachfolger der Apostel zusammengekommen, um neu zu reflektieren über das Wort Gottes im Leben der Kirche. Diese Nachfolger der Apostel, unsere Bischöfe, haben also lange Wochen gebetet, reflektiert, sich ausgetauscht über dieses Wort. Und wenn die Jungs so eine Megaaufgabe übernehmen, dann schreibt einer nachher zusammen, was dabei rausgekommen ist. Natürlich ist das dann Papst Benedikt gewesen. Er schreibt dann dieses nachsynodale Schreiben. Eben das Schreiben, das die Synode zusammenfasst. Synode, wo die Jungs zusammenkommen und sich austauschen. Dieses Schreiben heißt dann Verbum Domini, das Wort Gottes. Und in diesem Verbum Domini, das ist ein fantastisches Schreiben, da stehen ein paar Worte, ein paar Gedanken dazu, was das Wort Gottes ist. Und ein paar davon möchte ich gerne vortragen. Hier, ich zitiere jetzt, aus dem, das ist natürlich durchschnummeriert, dieses Dokument, dann sind wir in Artikel 7. Zu Recht war die Rede von einer Symphonie des Wortes. Symphonie des Wortes. Ich hatte das so vorher nirgends gehört oder gelesen. Von einer Symphonie des Wortes, eines einzigen Wortes, das sich auf verschiedene Weisen ausdrückt, als mehrstimmiger Gesang. Das Bild erklärt sich ganz von alleine. Eine Symphonie des Wortes, eben des einzigen Wortes. Es gibt eben genau ein Wort Gottes. Aber es ist ein ganzes Symphonieorchester. So viele Instrumente, die zusammenspielen. Und dieser Zusammenklang von diesen vielen Instrumenten, das ist das eine Wort Gottes. Dieses eine Wort Gottes, in dem Gott selbst sich mitteilt. Eben nicht nur über sich spricht, sondern sich selbst mitteilt. Welche Instrumente spielen denn in dieser Symphonie? Welche Instrumente gehören denn zu diesem Orchester? Und die Synodenväter schreiben dann, wie uns der Johannesprolog deutlich zeigt, bezeichnet der Logos ursprünglich das ewige Wort. Eben den eingeborenen Sohn Gottes, vor aller Zeit aus dem Vater geboren, eines Wesens mit ihm. Dann geht das natürlich sofort weiter. Dieses selbe Wort ist Fleisch geworden. Aus der Jungfrau Maria geboren. Wirklich das Wort Gottes, das uns wesensgleich geworden ist. Der Ausdruck Wort Gottes bezeichnet hier also die Person Christi. Den menschgewordenen, ewigen Sohn des Vaters. Das Wort Gottes bezeichnet hier also die Person. Vielleicht hast du das schon oft gehört. In so vielen Predigten in der Kirche sitzt du da wunderbar. Das Wort Gottes, Jesus Christus, ist Fleisch geworden. Aber wenn wir über diese Worte, die eigentlich jeder versteht, einen Moment nachdenken, dann sehen wir schnell, dass wir hier ein Problem haben. Denn das Wort Gottes ist nicht das, was wir unter Wort verstehen. Worte für uns sind Buchstaben. Worte für uns sind Klänge, Sounds. Worte für uns, das ist Druckerschwärze auf Papier. Worte für uns haben so viele oder so wenige Buchstaben in einer bestimmten Sprache, groß oder klein. Das Wort für uns ist nie eine Person. Deswegen kommt das bei uns kaum rein. Es kommt kaum an. Es geht bei uns, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Weil Worte sind Buchstaben. Und hier hören wir, wenn wir über das Wort Gottes sprechen, sprechen wir nicht über Buchstaben, sondern über eine Person. Diese Person ist Fleisch geworden. Einer von uns. Es ist Jesus Christus selber. Dieses eine lebendige Wort Gottes. Und dann ist es für uns ein bisschen Arbeit, von unserem Begriff Wort ein bisschen zurückzutreten, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Damit das Verständnis und die Wirklichkeit von diesem Wort Gottes als Person in uns Raum finden kann, in uns ankommen kann. Das ist einer von diesen Punkten, wo wir einfach uns Zeit nehmen müssen, Gott die Möglichkeit geben, das in uns einzubauen, Wirklichkeit werden zu lassen. Das Wort Gottes sind nicht Buchstaben. Das Wort Gottes ist eine Person. Dann geht es gleich weiter in der Erklärung dieser Symphonie. Wenn im Mittelpunkt der göttlichen Offenbarung das Christusereignis steht, da muss man ebenfalls erkennen, dass die Schöpfung selbst ein wesentlicher Teil dieser mehrstimmigen Symphonie ist. Dass die Schöpfung selbst ein wesentlicher Teil dieser mehrstimmigen Symphonie ist. Wesentlich ist eins von meinen Lieblingsworten. Es gehört zum Wesen. Es ist nicht etwas Zusätzliches. Es ist nicht etwas, das dabei sein kann oder eben auch nicht. Es gehört wesentlich dazu. Die Schöpfung selbst ein wesentlicher Teil dieser mehrstimmigen Symphonie ist, in der das einzige Wort seinen Ausdruck findet. Natürlich haben die Väter auch ein lateinisches Wort dafür. Liber nature. Das Buch der Natur. In diesem Buch kann man tatsächlich lesen. Warum eigentlich? Am Anfang vom Johannes-Evangelium lesen wir, alles ist durch das Wort geworden. Alles. Du kannst ja studieren und studieren und studieren. Du wirst am Ende deines Studiums rausfinden, das Wort alles meint genau das, was er sagt. Alles ist durch das Wort geworden. Das, was sichtbar ist, das, was unsichtbar ist. Das heißt, in dem, was geworden ist, in der Schöpfung, drückt sich der Schöpfer aus. So wie du in einem Kunstwerk den Künstler erkennst. Es ist eben seins. Du bist kein Kunstexperte, aber wenn ich ein Van Gogh-Bild anschaue und einen Rembrandt daneben hänge, dann sehe ich einen großen Unterschied. Und die Kunstwerke reden über den Künstler. Und so drückt sich der Schöpfer in der Schöpfung aus. Ich erkenne etwas von ihm in der Schöpfung. Er teilt sich in seiner Schöpfung mit. Es gehört eben zum Wort Gottes, welches kein Buchstabe ist. Diese Schöpfung ist dann ganz nebenbei auch der Ort, den Gott bestimmt hat, den Gott geschaffen hat, als eben den Ort, wo wir ihm begegnen. Diesen Ort hat er für uns geschaffen. Das ist der Ort, den er für unser Rendezvous geschaffen hat. Es geht dann gleich weiter. Ebenso bekennen wir, dass Gott sein Wort in der Heilsgeschichte mitgeteilt hat. Das war ja wunderbar. Klar, natürlich. Die Heilsgeschichte, Genesis und dann kommen die verschiedenen anderen Bücher in der Heiligen Schrift und dann ist die Heilige Schrift irgendwann mal zu Ende. Die Heilige Schrift, ja. Die Heilsgeschichte, nein. Die Heilsgeschichte geht weiter. Die Heilsgeschichte ist immer noch unterwegs. Sie ist so lange unterwegs, bis sie schlussendlich an diesem großen Omega-Punkt angekommen ist. Wo die Zeit sich erfüllt. Da, wo Christus erscheint, in seiner ganzen Helligkeit, für alle sichtbar. Bis wir aber an diesem großen Omega-Punkt, dem wir alle herbeisehnen, bis wir an diesem großen Omega-Punkt angekommen sind, sind wir in der Heilsgeschichte unterwegs. Das heißt, wir sind Teil der Heilsgeschichte. Und diese Heilsgeschichte ist Teil dieser Selbstmitteilung Gottes. Diese Heilsgeschichte ist darum eben auch Wort Gottes. Diese Heilsgeschichte ist eins der Instrumente in dieser Symphonie des Wortes Gottes. Wort Gottes, heißt es dann weiter im Verbum Domini, ist auch das von den Aposteln verkündete Wort. Das Wort Gottes ist auch das von den Aposteln verkündete Wort. Die Apostel, die zwölf Apostel damals, haben ihren Nachfolgern etwas weitergegeben. Sie haben ihnen die Gabe und die Gnade und das Amt des Lehrens, des Verkündigens weitergegeben. Es war eine Gabe, eine Gnade, ein Amt, das ihnen anvertraut war. Und sie haben es weitergegeben. Was uns an dieser Stelle hilft, ist eine ganz berühmte Schriftstelle am Ende, ganz am Ende von Matthäus 28. Darum geht es zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen. Nicht nur lehren, sondern lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist so ein Satz, den sieht man gerne auf so Postkarten und Postern mit Sonnenuntergang, man hängt das hier und da und dorthin. Ist doch schön. Aber, wenn Jesus seinen zwölf Leuten sagt, hör mal, ich bleibe bei euch bis zum Ende der Zeit, bis zu diesem Omega-Punkt, dann heißt das nicht nur, habt keine Angst, sondern hier weiß Jesus auch natürlich, dass die Verkündigung weit über die Generation dieser zwölf Apostel, mit denen er gerade spricht, hinausgeht. Er weiß, dass diese zwölf Nachfolger haben werden, die Nachfolger haben werden, die Nachfolger haben werden, bis wir an diesem Omega-Punkt angekommen sind. Wenn Jesus dann sagt, ich bin bei euch, dann meint das euch, nicht nur die zwölf, die hier gerade zuhören, dann meint dieses euch, diese zwölf und alle ihre Nachfolger. Was Jesus hier sagt, ich bleibe in der Verkündigung, ich bleibe bei euch. Nicht nur, damit ihr keine Angst haben müsst, sondern bei ich über diese Verkündigung selbst wache. Ihr seid alles tolle Leute, aber ich selber wache über die Verkündigung. Ich lasse euch nicht allein. Darum ist die Verkündigung dieser Apostel und ihrer Nachfolger Wort Gottes. Weil in dieser Verkündigung Christus selbst gegenwärtig ist, bis ans Ende der Zeit. Darum schreiben dann die Konzilsväter im Zweiten Vatikanum, da gibt es so ein Dokument eben über die Offenbarung, die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes. Weil in dieser heiligen Überlieferung eben Christus da ist. geht es weiter in dem selben Dokument zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das Lehramt der Kirche so miteinander verknüpft sind, dass das eine ohne das andere nicht bestehen kann. Sie gehören zusammen, so wie wir zwei Beine zum Laufen brauchen. Warum will ich auf einem Bein durch mein Leben hüpfen? Wir brauchen beide Beine. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Schließlich geht es dann weiter in Verbum Domini ist das bezeugte und göttlich inspirierte Wort Gottes die Heilige Schrift das Neue Testament. Dazu braucht man jetzt nicht wirklich viel sagen weil das haben wir noch nicht genügend ist aber doch ziemlich gut auf dem Schirm. Die Väter die Synodenväter schreiben dann aber weiter all das diese ganze Symphonie die wir gerade jetzt besprochen haben all das macht deutlich warum wir in der Kirche die Heilige Schrift hoch verehren Obgleich der christliche Glaube keine Buchreligion ist Moment Unsere Kirche hat viele Bücher Die Heilige Schrift zum Beispiel ist doch ein Buch und auch der Katechismus ist doch ein Buch Und jetzt sagen sie hier dass wir aber keine Buchreligion sind Sie sagen dann weiter das Christentum ist die Religion des Wortes Gottes nicht eines schriftlichen stummen Wortes sondern des menschgewordenen lebendigen Wortes Wir sind keine Buchreligion Ein Buch ist immer ein stummes Wort Wir sind nicht die Religion eines Buches Wir sind die Religion des Wortes Gottes des lebendigen menschgewordenen Wortes Gottes Daher muss die Schrift als Wort Gottes verkündigt gehört gelesen aufgenommen und gelebt werden und zwar in der Spur der apostolischen Überlieferung Apostolische Überlieferung die Apostel geben den Nachfolgern den Nachfolgern den Nachfolgern und in dem Ganzen ist Christus der stabilisierende der eine der über alles wachende Faktor Wir verkünden dann das Wort Gottes in der Spur der apostolischen Überlieferung mit der es untrennbar verknüpft ist Es ist nicht zweierlei schon mal gar nicht gegenläufig Dann sagen die Synodenväter dass die Gläubigen das sind du und ich näher herangeführt werden sollen müssen dass wir diese verschiedenen Bedeutungen und Elemente des Wortes Gottes erkennen und diesen einheitlichen Sinn verstehen weil es eben genau um ein Wort Gottes geht dieses eine lebendige Wort Gottes Das Wort Gottes ist das für dich eher eine Symphonie oder eher ein Solo Instrument Welche von diesen welches von diesen Instrumenten hörst du ganz wenig oder kaum welches Instrument möchtest du deutlicher hören am Ende dieses Impulses möchten wir dich gerne lassen in der Gegenwart Gottes in der Gegenwart dieses lebendigen Wortes das dein Herz erreichen und gestalten möchte dass du vielleicht in der Gnade Gottes immer mehr von diesem lebendigen Wort findest und aufnimmst dass du diesem lebendigen Wort immer mehr immer tiefer begegnen kannst wir wünschen dir dazu alle Gnade und allen Segen des Himmels Dankeschön König